Das GZO Spital Wetziken unterstützt Hackathon, weil ein Akutspital eng verknüpft ist mit weiteren Gesundheitseinrichtungen wie Alters- und Pflegeheimen, Spitex, wie auch Arzt- und Therapiepraxen, um nur einige zu nennen. Gemeinsam arbeiten wir an einer optimalen Gesundheitsverfolgung für die Bevölkerung des Zürichs Oberland. Darum ist GZO sehr daran interessiert, dass auch im digitalen Bereich über einen Tellerrand geschaut werden kann und Teil von Innovation sein können, um neue kreative Ideen, vielleicht sogar Prototypen zu entdecken.